Mit dieser mega starken Lego-Technik Rennjagd begibst du dich in die aufregende Welt der Segelregatte. Das Modell verfügt über eine sportliche Lackierung in Gelb und Blau mit Regatte auf Klebern, bunt bedruckte Segel mit Leinen und Winstchen sowie einen detailreichen Rumpf. Dreh das Steuerrad oder bewege die Pinne, um das Ruder zu betätigen, und benutze die Winstchen, um die Segel zu verstellen. Untertitelung des ZDF, 2020